Hallo zusammen, ich bin heute hier in Mühlacker am ehemaligen Mittelwellensender des SWR. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Sender soll höchster Wahrscheinlichkeit abgerissen werden. Ich glaube, 2. März ist der Termin, wo er gesprengt wird. Ich meine, auf der einen Seite kann ich das irgendwie verstehen, vom Finanziellen her, aber ich verbinde mit dem Sender schon ziemlich viel. Ich hatte damals auf dem Leonberger Flohmarkt einen Kosmos-Baukasten ergattert und habe den dann in Betrieb genommen. Und ja, das Genialste, was man eigentlich machen konnte, war so ein Detektorempfänger. Und man hat wirklich mit der Energie, die hier vom Sender kam, konnte ich bei mir zu Hause in Leonberg-Warumbronn Radio hören. Und in guter Qualität, also wirklich verständlich. Das fände ich einfach genial und das wird ein Versuch sein, den Jugendliche heutzutage eben nicht mehr machen können. Das finde ich eigentlich schade. Von dem her fände ich es schön, wenn man den Sender erhalten könnte und vielleicht so, naja, vielleicht eine Stunde pro Woche noch hochfahren könnte. So als freies Radioprojekt oder so. Muss ja nicht mit 100 Kilowatt sein, das reicht ja 1 Kilowatt. Dann hätte man so eine Reichweite von 30 bis 100 Kilometer. Ja, wie auch immer, ich denke, ich mache hier noch ein paar Bilder und ja, dann schauen wir mal. Ja, wie auch immer, ich denke, ich mache hier noch ein paar Bilder und ja, dann schauen wir mal ein paar Bilder und ja, dann schauen wir mal ein paar Bilder und ja, dann schauen wir mal ein paar Bilder. Ja, dann schauen wir mal ein paar Bilder und ja, dann schauen wir mal ein paar Bilder. Ich war wohl um die 10 Jahre, hatte einen Kosmos Baukasten. Das war doch klar. Damals war ich Elektronikanfänger. Und das Beste war der Detektorempfänger. Er funktionierte ganz ohne Batterie. Denn du schicktest mir die Energie. Oh Mühlacker Sender, man sieht dich von fern. Nein, du darfst nicht gehen. Wir haben dich gern. Nein, du darfst nicht gehen.